Liebe Patientinnen, lieber Patient, vielen Dank, dass Sie sich für ein Beratungsgespräch bei iLaser entschieden haben. Sie sollten die weichen Kontaktlinsen einen Tag davor absetzen bzw. Sie können auch diese direkt vor dem Beratungsgespräch herunternehmen. Die harten Kontaktlinsen sollten Sie zumindest drei Tage davor herunternehmen. Bitte bringen Sie alle Ihre alten Brillen mit bzw. Ihre Brillenpässe, damit wir einschätzen können, wie sich der Sehfehler über letzte Jahre verändert hat. Während des Beratungsgesprächs werden wir einige Untersuchungen durchführen, um die Eignung für eine Behandlung festzustellen. Wir beantworten alle Ihre Fragen und wir werden auch die weiteren Schritte mit Ihnen zusammen planen. Wir werden Ihnen erklären, wie sich auf die richtige medizinische Voruntersuchung vorbereiten soll.